Opa, ich verspreche dir, dass ich eines Tages ein genauso großer Forscher werde, wie du es warst. Du wirst eines Tages in die weite Welt hinausgehen, um etwas Großes aus dir zu machen. Ich mach Matura. Das ist mein Doktor Eckl. Du kannst nicht für immer in dein Zimmer offen und nur deine Bücher lesen. Ich hab's ja gewusst, dass das mit deiner Schule nur Ärger gibt. Hast du nicht Lust, mit mir Fußballspielen zu gehen? Ich werde versuchen, mich unter die Werberwaren zu mischen, um sie besser zu verstehen. Wenn auch einfach gestrickt und mit dem Gehirn in Form eines Fußballs scheint er wie aufrechter Natur. Nur wenn wir wieder eine starke Gemeinschaft werden, kommen wir auf einer vollen Straßenzug. Seitdem ich am Dorfleben teilnehme, da ist mein Ding viel aufregender geworden. Ich bin Simona. Ah, Johannes. Johannes A. Irberg. Es wird ein Jahrhundertspiel von dem, was wir noch unseren Urenkelter zählen werden. E2, Peck und Tip nutzen. Wir haben die Tüte bis 2003. Hey! Hey! Wir gehen jetzt ein bisschen Fidschi-Go-Go. Das war dein erster Schritt zur Besserung. Fidschi was? Wir gehen jetzt los. Ich bin 50.000 d.h. Ich bin 50.000 d.h.